Nico, bilden Sie sich nicht zu viel darauf ein. Wenn Mrs. Prentiss nicht gewesen wäre, wären Sie überhaupt nicht mehr am Leben. Und genau das werde ich den Leuten von der Presse erzählen, verehrte Dame. Oh nein, Inspektor, ich protestiere. Aber wenn schon, erwähnen Sie auch mein neues Buch. Mord wird zum Zwang. Es war nett, Sie mal wiederzusehen. Aber jetzt muss ich gehen. Oh je, hab ich nicht. Mir ist so, als ob ich noch irgendetwas mit hierher gebracht hätte. Ich muss überlegen. Ach ja, natürlich, da ist es ja. Komm, Frank.